Kann ich Ihnen helfen? Äh, ja. Ich hab keine Freundin, einen Arsch voller Schulden und ich hasse meinen Job. Ich arbeite in einem Laden, über den sich alle ständig aufregen. Hey, Kollege, Klingelstunde weg. Wo hab ich runtergeladen letzte Woche? Hey, lad mir meinen Hauptschulabschluss runter. Entschuldigung, haben Sie Probleme? Bist du einsam, oder? Bitte, 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 bitte. Einsam. Also mein Problem mit Frauen ansprechen und so ist, dass ich mich entweder nicht traue, weil ich noch nicht besoffen genug bin. Wir sind Stewardess. Oder schon zu besoffen bin und nur noch scheiße labern. Wie viel Bonusballen bekommt man eigentlich, wenn man eine Stewardess vögelt? Ist doch ganz gut gelaufen, das Gespräch. Okay. Los, 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 komm schon, beweg deinen kleinen Kuratarsch, Will, come on. Ich hab die Liebe meines Lebens gefunden. Kennst du das nicht auch? Man trifft jemanden und denkt sich sofort, leck mich am Arsch, sieht die Gute aus. Ich könnte sie ansehen, verführen, vögeln, poppen. Lern die Frau erstmal richtig kennen. Immer muss man erst eine Frau kennenlernen, bevor was läuft. Hast du denn schon eine Idee, wie ich das mache? Eine Idee? Ich bin doch nicht blöd. Gut, ich hab einen ausgeklügelten Plan. Na, was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne drei Kinder mit dir. Scheiße. Wenn ich einen Mann zwischen die Finger kriege, würde ich so einiges anstellen. Hast du eine Ahnung, wie lange ich keine Sex mehr hatte? Hey, du Arsch! Ist Pfand drauf! Geist Pfand drauf! Vielen Dank.